Mein Name ist Walter Würtel. Ich darf euch den zweiten Workshop vorstellen. Es geht um das Thema Notfallausrüstung, Airbags. Wir wollen euch die verschiedenen Airbag-Systeme vorstellen. Es geht nicht so sehr um die Firmen, die spezifischen Rucksäcke und Rucksacksysteme, sondern um die Grundsysteme bei den Airbags. Das ersetzt natürlich nicht die Gebrauchsanweisung und die Bedienungsanleitung der Firmen. Das muss man sich genau anschauen. Aber wir wollten einmal zeigen, wie man sich vorbereitet, wie man sich auslöst und wie man dann auch wieder die Luft rauskriegt, dass man nicht mit dem aufblasenen Bag nach unten fahren muss. Insgesamt sollt euch das anregen, sich noch mit der neuen Ausrüstung auseinanderzusetzen und viel Spaß bei dem Workshop. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's. 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 Das war's.